Preiswerte FIFA 14 Ultimate Team Münzen, PSN-Karts und Xbox 360 Microsoft Points findet ihr bei unserem Sponsor MMOGA. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Was geht ab Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zur 13. Folge unserer Top 5 Tore der Woche in FIFA 14. Ja meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Heute gibt's geile Tore. Platz Nummer 5 für dich diese Woche. Loose Killer HD mit Nani nimmt den Ball direkt nach der Ecke mit dem Volley und der Ball sitzt links in der Ecke. Perfekt geschossen hier von Luis Nani. Der Portugiese zeigt mal hier seine Skills. Platz Nummer 4 belegt diese Woche The A-Dave. Der kommt hier angelaufen mit McRae Steven. Zieht der rein mit der Schussfilter. Geht hier auf den nächsten Tour mit dem Roulette. Haut jetzt erstmal hier einen Scoop-Turn raus. Dann ein Berber-Spin. Gefolgt von einem Scoop-Turn. Jetzt mit dem Roulette und dann ein Trick-Pass in die rechte Ecke. Oi oi oi. Hat er den Keeper einfach nur zerstört. Macht einfach Klacks und Trick-Pass und dann sitzt das Ding genau. Platz 3. Unglaublicher Longshot hier von der Razor. Den muss man sich nochmal in der Bedauung anschossen. Das war auf der Next-Gen und der Ball. Guck mal wie der flog, ey. Der hat sich ja richtig reingecurved, Junge. Perfektes Ding an einfach nur. Also ein traumhafter Longshot. Platz Nummer 2 belegt diese Woche. LT-Skills 97 mit der Bräune. Rainbow flick und dann direkt der Volley rechts in die Ecke. Der Keeper schaut da einfach dumm aus der Wäsche. Und finally, the moment we've been all waiting for number one. Haben wir diese Woche Zorkiton auf Ronaldinho. Oh mein Gott. Was war das für ein Freistoß. Jui, jui, jui. Oi, oi, oi. Zack. Junge, Junge. Davon will ich noch eine Wiederholung, aber da gibt's keine mehr. Scheiß. Platz 1 gewinnt diese Woche 5000 Coins im FIFA Ultimate Team-Modus. Und ja, Freunde. Wenn ihr auch so geile Tore habt, sendet uns euer bestes Tor an vielfifatop5goldsetlive.de oder sendet uns einfach als private YouTube-Nachricht. Ja, meine Freunde, das war's auch von dieser Folge. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Euer Önny ist raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Samstagabend. Macht gut. Schminkenrot. Euer Önny ist raus. Und Gutes. Tschööööööööööööööööööööööer.